Frauen wissen selbstverständlich oder ahnen es wenigstens, dass es bei diesen Leibesübungen um metaphorische Wettkampfselektionsspiele geht, und der Austestung des Adaptivsten für die Drittveranderungsaufgaben der Lebenserzeugung und Lebenserhaltung. Deshalb im Schema des Seminars 20 Encore ihre beiden Schenkel auf Groß A und das große Viech, die sich hindeuten, während das Männchen irregeht auf dem nie zu erreichenden Objektklein, auf der Suche nach dem Einkriegen, auf das Ding festmachen wollen des nie zu erreichenden Objektsklein A, dessen Bewegung zwischen diese gespreizte Fünf der Schenkel hindurch zielt, weil das dumme Ding, das Einzufangende und Zukriegende, nie einzufangen ist, sondern die Bewegung nur der Begehrensschleife in Umkreisung desselben gilt, um den metamorphotischen Prozess zu wiederholen und die Schleife sich am Ende wieder schließen zu lassen. Die sich aufspannte als Begehrensschleife von Delta hin zum gestrichenen Subjekt. Die groundedde Musik Die Vielen Dank.